Nein, lecker. Noch noch hier durchziehen. Äh, ja, nee, was seh ich denn jetzt hier? Ach komm, nämlich alter Verwandter hier. So. Das ist jetzt gerade eine sehr schwierige Zeit. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Wir müssen bis zum letzten Mann kämpfen, obwohl wir nur zwei sind. Also wenn einer von uns verreckt, drauf geschissen. Wir müssen zusammenhalten. Wenn du dauernd bist, belebe ich dich wieder. Wenn ich dauernd bin, belebst du mich wieder. Wir hauen hier richtig auf die Kacke. Aber er ist ja 5,40 Sekunden, doch? Das muss ich erst mal aufnehmen. Also, ich bin ja. ich bin ja erst mal aufnehmen.